Die Spanierinnen sind Weltmeisterinnen. Das einzige Tor im packenden Finale in Sydney gegen die Europameisterinnen aus England erzielte Spaniens Kapitänin Olga Carmona. Ein Handelfmeter konnte die englische Keeperin Mary Earps halten. Sie wurde als beste Torhüterin der WM in Australien und Neuseeland geehrt. Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team, erklärte der umstrittene spanische Trainer Joche Wilder. Untertitelung des ZDF, 2020